Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karriere Modus mit dem 1. FSV Mainz 05 beim letzten mal war es endlich soweit unsere lange lange Durststrecke wurde mit einem Sieg bei Borussia Mönchengladbach 2 zu 1 am Ende endlich gelöscht möchte ich schon fast sagen aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen sondern müssen heute direkt nachlegen am 17. Bundesligaspieltag das offizielle Ende der Bundesliga Hinrunde in der Kofas Arena gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim die sehr unten weit unten in der Tabelle stecken ganz kurz vor dem Relegationsplatz stehen also auch die um die für die geht es um was mein Gott mein deutscher Ersatzbau ist schon wieder hervorragend gehen wir lieber direkt ins Spiel denn dafür sind wir da um Fußball zu sehen ganz kurz zum Personal da hat sich nicht viel geändert Leonardo Bittencourt bekommt nur mal eine Gedenkpause für ihn bekommt nach langer Zeit mal wieder Mahmut Karaba der Ägypter seine Starteschance Anfang der Saison ja relativ gesetzt gewesen beim alten System auf der 10er Position aber momentan ein bisschen hinten dran aber ich muss ehrlicherweise zugeben ich habe ihn in den letzten Wochen auch nicht so häufig die Chance gegeben deswegen dafür heute mal wieder zeigen was er kann ich hoffe er wird zeigen was er kann der Ägypter Edel Techniker sehr torgefährlicher Mann seine einzige Schwäche ist so hat man den Anschein oder hat ist den Anschein ist sein Charakter nicht der leichteste Typ aber ich denke wir werden ihn schon ein bisschen zügeln auch er noch ohne Bundesliga Tor für Mainz 05 aber vielleicht erinnert sich das ja heute wir wollen heute natürlich drei Punkte einfahren im Kampf um die Champions League Kletze erinnert sich das ja heute Immer wieder ein Genuss diese Mainzer Einlaufhymne und die Augen sind heute vor allem auf einen Mann gelegt Nämlich die Nummer 15, Kevin Volland, der Mann, der zur Saisonbeginn aus Hoffenheim hierher wechselte. Und hier ist nochmal kurz hierher von Hoffenheim, Tim Wiese immer noch im Kader, Seferovic auf der Bank, der Neuzugang. Einige interessante Leute dabei, vor allem Temefi Schendler im rechten offensiven Mittelfeld. Bei uns hat er zu häufig als Rechtsverteidiger gespielt, aber er kann auch rechts offensiv spielen und das scheint er bei der TSG zu tun. Den wir ja im Tausch gegen Kevin Volland und 22 Millionen Euro abgegeben haben. Erster guter Angriffsversuch der Gastgeber aus Mainz. Wir spielen ja heute zu Hause. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir die letzten Spiele so häufig auswärts gespielt haben. Da tut es mal wieder gut nach langer Zeit hier vor heimischer Kulisse zu spielen. Kevin Volland, der erste Angriff über Burney und das ist Nikolaj Müller, der ist auf und da vorne. Und Nikolaj Müller, Müller nochmal, wo ist der Ball? Kevin Castilz hat ihn mit ein wenig Können und ein wenig mehr Glück schafft er es, diesen Ball abzuwehren. Riesenschon für den Kapitän Nikolaj Müller. Ballverlust und jetzt der Konter, Übergeist, hervorragender Ball. Nikolaj Müller bekommt den Ball nicht ganz sauber mit, versucht in die Mitte zu legen, aber Rojo geht dazwischen. Markus Rojo, der Argentinier, der ja auch im WM-Finale gegen Deutschland stand in der Startelf. Hat hier hervorragend geklärt, hat Nikolaj Müller anscheinend auch noch angeschossen. Deswegen gab es keine Ecke, sondern nur Abstoß. Hoffenheim kommt mit El Junussi, der Norweger. Das war eine schöne Flanke, aber Sam, wer ist denn Sam? Nicht Sydney Sam, das müsste Sekou Cissé sein, die Sturmzentrale der Hoffenheimer. Der Mann da 13, ja so ist es, wird anscheinend Sam gerufen. Wusste ich persönlich auch noch nicht. Gute Verlagerung von Ginter auf den St. Gala, der mit dem langen Ball. Kevin Vorland, aber kommt da nicht dran an seinen langen Pass. Chandler, der wird natürlich auch motiviert sein. Wurde bei uns in Mainz auch nie so wirklich glücklich, obwohl er die meiste Zeit Stammspieler war. Schöner Zweikampf und jetzt wieder Konter. Ja, aber Boni bekommt den Ball auch nicht rübergelegt zu Kevin Vorland. Den suchen sie hier natürlich. Und das wäre doch eine kuriose Geschichte, wenn Vorland hier sein erstes Bundesligator für Mainz 05 erzielen würde, oder? Das wäre doch eine Geschichte. Kevin Vorland, der ja in der Vorbereitung sehr stark gespielt hat, sich dort aber verletzt hat. Und er ist seit wenigen Wochen wieder im Kala steht und uns zur Verfügung steht. Aber jetzt kommt erst mal wieder Timothy Chandler. Nein! Durchatmen. Mainz 05. Und das wäre natürlich auch eine genauso kuriose Geschichte gewesen. Hätte Timothy Chandler hier getroffen. Der Mann mit der Rücknummer 2, der US-Boy, der ja in Real Life zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Scheißpass von Ginter war es, glaube ich. Den kann Dietzmeier nicht erlaufen. Mainz 05 mit einer kleinen Schwächephase. Müssen sich wieder auf die Stärken besinnen, konzentriert bleiben. Wenn die Kleinigkeiten, die Pässe aus 10 Metern nicht mehr ankommen, dann hat man hier wenig Chance, auch gegen einen Gegner, der unten im Keller drinsteckt, drin sitzt, hier irgendwie zum Vorerfolg zu kommen. Elionussi, kein Abseits. Und irgendwie den Ball geklärt. Aber genau das meine ich. Wieder diese 5- oder 10-Meter-Pässe kommen nicht mal beim Mitspieler an, sondern landen im Seitenhaus. Das darf nicht passieren. Aqua, Roberto Firmino. Wieder Aqua, Fabian Johnson. Ein weiterer US-Boy bei den Hoffenheimern. Aber jetzt Abseitsposition von Roberto Firmino. Den vielleicht wertvollsten Spieler in den Rhein. Der Kranich hier aus Hoffenheim. Oh, jetzt der Fehler von Diegmeier. Was ist denn da los heute mit der Defensive wieder? Elionussi gegen Ginter. Flanke kommt, aber Kongolo kann klären. Boni, sehr weit mit nach hinten gegangen. Und wieder ist der Ball weg. Der Ball bleibt keine 2 Sekunden in den eigenen Rhein. Und jetzt spielt der Schiedsrichter sogar für uns mit. Aber bringt auch nichts, weil der Ball sowieso wieder zu den Hoffenheimern springt. Cissé, Elionussi gegen Diegmeier. Zweiter Versuch. Und St. Kalla verliert das Kopfballduell. Aber ich weiß gar nicht, wer da von Hoffenheim geköpft hat. Auf jeden Fall kriegt er diesen Kopfball nicht auf das Tor von Oliver Baumann. Und wieder 2 Sekunden. Und wieder ist der Ball weg. Mainz 05 völlig von der Rolle in dieser Phase. De La Fiore, das war stark gemacht. Und wieder ist der Ball weg. Johannes Geis. Caraba mit dem Ball gewinnen. Jetzt Spiel. Schön gemacht von Geis. Auf Nsankala. Der mit dem langen Ball. Perfekte Flanke. Auf Wilfried Boni. Das schauen wir uns nochmal an. Klasse gemacht. Mit dem linken Fuß. Und Boni setzt mal wieder sich durch. Mit seinem massiven Körper. Aber Kevin Castille jetzt auf den Posten. Wert zu Eck ab. Fabrice Nsankala. Boni kann köpfen. Das ist Geis. Das ist Kongolo. Oh, der wollte nochmal zurück zu Geis. Aber leider wieder zu ungenau. Oh, jetzt der Fehler. Aber vorhin. Hoffenheim. Im Aufbau, wollte ich sagen. Und die Schusschance für Kevin Volland. Das erste Mal in Aktion. Aber ein bisschen zu hoch angesetzt. Fabian Johnson. Schöner Ball. Schön direkt gespielt. Eljonussi, der schnell. Dietmar hat so seine Probleme mit ihm. Aber guter Zweikampf von Caraba. Aber Ball treibt wieder zu den Gästen. Eljonussi. Johnson. Oh, schön herausgespielt. Agua gegen Ginter. Der weiß ihm nicht anders zu helfen, als mit diesem Foul. Und sieht deswegen gelb. Ganz kurz vor der Strafraumgrenze. Gute Freistoßposition für Firmino. Der kommt gut. Geis steigt am höchsten. Konterchance vielleicht. Aber Müller alleine auf weiter Flur. Muss warten. Boni. Caraba läuft mit. Mahmoud. Caraba. Geis ist in der Mitte. Oh, und fast ein Eigentor. Riskante Aktion. Ich glaube von Tesca. Ja. Der Mann mit der 4-Bars. Der seinen eigenen Keeper da auf die Probe stellt. Aber wir kommen einfach heute nicht in die Zweikämpfe. Aber jetzt mal ein technischer Fehler von Chandler. Vielleicht etwas nervös an alter Wirkungsstätte. Kurz vor der Pause nochmal ein bisschen Ruhe reinbringen. In der Halbzeitpause gleich vor allem ein bisschen sammeln. Denn wir spielen einfach viel zu unruhig. Jetzt läuft mal ein bisschen strukturierter ab. Mit Della Fiore. Ah, wenn der Ball noch ein bisschen weiter in die Mitte kommt. Kaum sage ich das mit der Konzentration und Struktur. Dann passiert so ein Fehlpass von Caraba. Aber es war der letzte Fehlpass. Zumindest in der ersten Hälfte. Denn der Schiedsrichter die Barschönlebe pfeift ab. Torlos. 0 zu 0. Mainz kaum wieder zu erkennen. Nach dem starken Spiel am letzten Spieltag gegen Gladbach. Wo es wirklich ein Hin und Her gab. Heute ein bisschen ruhiger. Naja, kann man wirklich ruhiger sagen. Also unser Spielaufbau ist alles andere als ruhig. Das muss im zweiten Durchgang auf jeden Fall noch besser werden. Hoffenheim mit deutlich mehr Ballbesitz. Kommt allerdings noch nicht so häufig zum Abschluss. Glücklicherweise. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit gleich weitergehen wird. So, nochmal einen Schluck aus der Pulle genommen. Und jetzt auf in den zweiten Durchgang. Mainz jetzt von rechts nach links. Natürlich immer noch in rot-weißer Spielkleidung. Sie wollen dem heimischen Publikum zumindest noch einen Treffer heute zeigen, oder? Los geht's. Kommt Leute. Feuert das Team an. Diekmeier. Kein Abseits vom Vorland. Aber der braucht zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Oh, die nächste gute Chance. Und wieder so ein Blitzstart. Ähnlich wie im letzten Spiel gegen Gladbach. Bloß diesmal nicht mit einem Tor belohnt. Und das ist Ginter. Versucht durchzustecken. Aber natürlich bekommt der Hoffenheimer den Ball so abgeprallt, dass er ihn perfekt in den Fuß fällt. Roberto Firmino in diesem Falle. Und er spielt einen überragenden Pass. Und Baumann hält überragend gegen El Yonussi, den Norweger. Da sah die Innenverteidigung mal wieder ganz kurzzeitig nicht gut aus in Person von Matthias Ginter. Wir müssen jetzt unbedingt ein bisschen ruhiger agieren. Und Sankala. Della Fiore. Keine Anspielstation. Nochmal hinten rum. Und Sankala. Zurück zu Della Fiore. Geis läuft in Position. Oh, schade, dass der Ball nicht durchkommt zu Della Fiore. Ah, wir versuchen. Wir versuchen wirklich früh, die Gäste aus Hoffenheim zu stören. Gelingt meistens auch, aber jetzt ist da eine Lücke. Aber zum Glück stand da Firmino wohl im Abseits. Della Fiore kommt nicht dran. Caraba, gut gemacht. Jetzt mal schnell kontern. Aber Abseits. Da braucht Wilfried Boni da nicht hinzugehen. Brocho, der Ball ist noch im Spiel. Volland geht früh drauf. Kommt Kevin. Ah, schade. Kommt er nicht ganz ran. Oh, Müller auch wieder einen Schritt zu spät. Boni. Und jetzt lohnt sich. Jetzt hat sich das Pressing bezahlt gemacht. Wilfried Boni. Mit der Flanke. Aber zu nah ans Tor. Castils am 5 Meter Raum vor Kevin Volland. Seinen ehemaligen Kollegen. Caraba holt den Kopfball. Boni. Wenn es jetzt schnell geht. Jetzt ein guter Ball. Ah, wieder. Brocho war es, glaube ich, der dazwischen ging. Castils. Wow, wow, wow. Was ist da denn los? Da wird sich Tim Wiese auf der Bank ein ins Fäustchen lachen. Oder sich aufpumpen. Wie auch immer. Ihr habt ja sicherlich die Bilder von Tim Wiese gesehen. Mit seinem neuen Muskelkörper. Ich will gar nicht wissen, was der alles zu sich nimmt. Seine Karriere ist, glaube ich, längst vorbei. Aber okay. Jetzt kommt dieser. Einer aus der eigenen Jugend. Für Aqua. Im Skrallen-Defensiv-Mittelfeld. Jetzt kommt erstmal Dennis Diekmeier mit der Schönflanke. Teska dazwischen. Elionussi. Das kann's. Aber gut gelöst von den Hoffenheimern. Aber Cissé jetzt auf weiter Flur. Tritt erstmal auf den Ball. Wartet auf seine Mitspieler. Und die kommen. Und die kommen zahlreich. Roberto Firmino zum Beispiel. Aber ganz stark von Nisan Kala. Diekmeier. Und gut geklärt. Wilfried Boni. Hoffenheim. Sehr, sehr weit aufgerückt. Warum geht Vorland da nicht zum Ball, Leute? Ich check es manchmal nicht. Und so kriegen wir fast einen Konter. Der uns das Genick hätte brechen können. Aber alles gut gegangen. Nächster langer Ball von De La Fiore diesmal. Vor der Hand. Nimmt ihn diesmal besser mit. Kevin vor der Hand. In der Mitte. Das ist Caraba. Und er bringt das Grundstück fertig. Völlig freistehend aus Elfmetern. Das waren nicht mal Elfmeter. Genau den Torhüter. Genau Kevin Castilec anzuschießen. Und jetzt kommt Haris Seferovic. Im Real Life vor kurzem gewechselt zu Eintracht Frankfurt. Von Real Sociedad San Sebastian. Auf den bin ich ganz gespannt, wie er sich in der Fußball-Bundesliga machen wird. Der Schweizer. Den kennen wir ja auch noch zu gut. Von der Fußball-Weltmeisterschaft. Hier im FIFA 13. Let's play. FIFA 14 natürlich. Glücklich, als wir mit der Schweiz im Fußball-WM-Finale standen 2014 gegen Deutschland. Auch dort hat Deutschland ja gewonnen. Also ist FIFA 14 ja wirklich realistisch. Deutschland ist auch dort Weltmeister geworden. Allerdings sehr, sehr glücklich. Ich kann mich immer noch an eine Situation erinnern, wo Seferovic ins Tor getroffen hat. Aber aus irgendwelchen Gründen dieses Tor nicht anerkannt wurde. Das wäre das 1-0 für die Schweiz gewesen. Und jetzt kommt Boni. Während ich von der Fußball-WM hier im FIFA erzähle, hat Wilfried Boni die nächste Chance. Ja, auf jeden Fall, um die Sache zu Ende zu bringen. Es wäre das 1-0 gewesen für die Schweiz. Die Frejowics Treffer wurde nicht anerkannt. Dann hätte das Spiel natürlich einen ganz, ganz anderen Verlauf genommen. So verlor die Schweiz von mir gespielt am Ende. Leider mit 0-2 durch Treffer von Thomas Müller per Elfmeter. Ein sehr fragt über die Elfmeter hinzu und durch Marco Reus. Am Ende wurde Deutschland also Weltmeister. Boni will durchstecken. Ich sollte mich lieber wieder aufs Spiel konzentrieren. Das Spiel läuft nämlich nicht mehr allzu lange. Noch 12 Minuten. Und Hoffenheim kontert über den großen, langgewachsenen Seferovic. Schändler. Hier fällt der Ball zu einem Hoffenheimer. Wieser liegt quer. Kein Mainzer geht da drauf. Kein Mainzer steht im Rückraum. Und Hoffenheim schiebt sich da wieder wie im Handball den Ball hin und her. Ball schon im Tor aus und abseits war es hinzu. Also Hoffenheims Spiel ist zwar gut, aber es fehlt der Abstoß, ganz klar. Aber darüber möchte ich mich nicht beschweren. Volland. Schick ihn. Den Gianluca hat Delafio von ihm noch gar nichts zu sehen in diesem Spiel. Aber hier holt er immerhin eine Ecke raus. Und ich denke, 6 Minuten vor dem Ende können wir vielleicht nochmal wechseln. Die Riesenchance von Caraba ist mir immer noch im Gedächtnis. Ich glaube, da werde ich erstmal nicht drüber hinwegkommen. Er geht raus. Kramer kommt. Und für die letzten Augenblicke kommt auch noch Bötius, der seinen Stammplatz momentan verloren hat, muss man so ehrlich sagen. Delafio heute zwar nicht so auffällig, aber ihm würde ich momentan den Vorzug geben. Den Publikumsliebling hier in der Kofas Arena. Und jetzt der Doppelwechsel und die Ecke hinterher. Kongolo, Boni, zwei kopfballstarke Leute mit vorne. Johannes Geis auf Nikolai Müller wird abgeblockt und Hoffenheims Defensive kann klären. Jetzt muss es schnell gehen. Dennis Liegmeyer. Das ist Müller. Links ist Platz. Volland. Zieht. Nsankala. Der Linksverteidiger mit der nächsten Riesenchance. Nach der Ecke noch etwas vorne geblieben. Und er scheitert ebenfalls am starken Rückhalt der Hoffenheimer. Kevin Gastelz. Der Belgier. Belgische Nummer drei. Und jetzt der Konter. Ginter. Im allerletzten Moment vor Roberto Firmino. Aber Hoffenheim hat den Ball noch. Hat ihn immer noch mit Schändler. Auf Apikula gespielt. Rudi. Wir bekommen noch mal einen Ballgewinn. Nicht gegen diese ballstarken, technisch starken Hoffenheimer Rudi. Die halten den Ball auf 520 Sekunden im Spiel. Um dann so eine Flanke zu schlagen. Also bis zum Strafraum sieht das richtig gut aus, was Hoffenheim da bietet. Aber in der letzten Aktion dann doch schwach. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Torlos. 0 zu 0. Am Ende. Immerhin mal wieder ohne Gegentor geblieben. 8 zu 2 Schüsse. Vor allem in der zweiten Hälfte hatten wir richtig, richtig gute Torchancen. Wobei die Passquote, 70%. Ich habe jetzt nicht in der Halbzeit darauf geachtet, wie viel Passgenauigkeit wir hatten. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit war es noch schlechter. Und das hat uns vielleicht am Ende auch drei wichtige Punkte gekostet. Beziehungsweise zwei. Einen haben wir immer hingeholt. 0 zu 0. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Kongolo mit einer 7,9er Bewertung. Und lasst mich raten, wie das Spiel des Tages ist, natürlich der gegnerische Torwart Kevin Kastejitz. Die belgische Nummer 3. Mit einer 8,9. Hat Hoffenheim hier wirklich den Sieg festgehalten. Aber immerhin gewinnt der Klub aus Nürnberg gegen einen unserer Konkurrenten. Weil heute habe ich echt so viele Sprachfehler. Was ist denn da los? Wolfsburg ohne Punkt. Das heißt immerhin, wir haben einen Punkt gegenüber Wolfsburg gut gemacht. Und dürften die jetzt in der Tabelle zumindest überholen. Gucken wir mal kurz drauf. Und auch Leverkusen scheint verloren zu haben. Oh, umso ärgerlicher ist das, dass wir jetzt gegen Hoffenheim nicht gewinnen konnten. Aber dennoch haben wir ein bisschen Boden gut gemacht. Wolfsburg jetzt einen Punkt hinter uns. Leverkusen einen Punkt vor uns. Schalke vier Punkte. Und die Bayern haben das erste Saisonspiel verloren. Gegen wen das denn? Am 17. Spieltag, am letzten Hintunspieltag verlieren sie doch noch. Gucken wir mal kurz auf die Begegnung. Und zwar gegen den ersten FCK des Lautern. Das ist doch mal eine Überraschung. Der erste FCK gewinnt gegen die Bayern. Bringt den Bayern die erste Niederlage in der laufenden Saison bei. Das ist ja krass. Dortmund fertig, wäre der Bremen 4-1 ab. Das gefällt mir. Wenn das jemand auf Facebook posten würde, ich würde es liken. So, gucken wir noch mal kurz auf die Tabelle. Da war ich vorhin etwas zu schnell und sehen, dass Werder Bremen Vorletzter ist. Ich habe eigentlich nur deswegen noch mal die Tabelle aufgerufen und das noch mal eben zu erwähnen. Hoffenheim klettert auf Platz 14 durch das Unentschieden. Sieben Unentschieden, sieben Niederlagen. Ja, nur drei Siege. Das wurde das Problem der TSG. Also die waren spielerisch richtig gut, aber halt im Abschluss ähnlich schwach, wie wir es waren. Deswegen verdientermaßen am Ende ein torloses Unentschieden. Das langweiligste aller Unentschieden, die es gibt. Hamoua will beeindrucken. Das kann er gerne tun, allerdings nicht bei uns. Johannes Geist möchte über sein Gehalt sprechen. Ähm, gucken wir mal rein. Auch wenn er jetzt nicht so die Mega-Leistungen zuletzt gebracht hat, wie ich finde. Aber bevor die Spieler unzufrieden werden, gucken wir uns das mal an. Wo ist denn der gute Johannes? Ach, da ist er. Okay, 25.000 ist wirklich nicht viel. Er will 35 um ein Jahr verlängern. Ach ja, weil es doch schon mal irgendwann dein Vertrag verlängert. Ich erinnere mich dunkel, wo er unbedingt die Mannschaftsrolle essentieller Stammspieler haben wollte. Finde ich zwar immer noch übertrieben, aber gut, lassen wir es halt drin. Dann kriegst du auch noch 10.000 Euro mehr Gehalt pro Woche. Das sind 40.000 Euro im Monat. Oh Leute, wenn ich so viel Geld im Monat bekommen würde, oder im Jahr, das wäre ja auch schon krass, wenn ich so viel im Jahr bekommen würde, würde ich mich ja schon sehr, sehr dolle freuen. Aber wir sind nur normalsterbliche Fußballer, zumindest so im Profibereich, sind deutlich vor uns gestellt finanziell. Die haben, wenn sie zwei Saisons spielen in der ersten Liga, wahrscheinlich für ihr Leben eigentlich vorgesorgt. Das ist schon krass, was heutzutage so für Gehälter an Sportler, vor allem an Fußballer, überwiesen wird. Um nur, nur um eben Fußball zu spielen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Immerhin hat Johannes Geis verlängert, das freut uns doch. Und die Pressekonferenz nehmen wir auch nochmal mit. Ach, wir haben wieder ein Heimspiel als nächstes. Gegen Hannover 96. Kevin Vorland immer noch ohne Tor. Jetzt hat er so vielversprechend angefangen, aber dann diese blöde, blöde Verletzung. Ach komm, wir loben einfach mal den Trainer von Hannover 96. Ist ein guter Mann. Ebenizasi Fuhr sagt, danke Chef, danke, dass sie mich wieder in der Mannschaft aufgenommen haben. Ich muss nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze, denn sonst muss ich den Verein wechseln. Im letzten Spiel hast du nicht mal gespielt. Ach, die Spieler heutzutage, was die für Probleme haben. Sturridge fällt fünf Monate aus. Keine Ahnung, wo der hier im FIFA Let's Play mittlerweile spielt. Vielleicht immer noch beim FC Liverpool. Trainer von Hannover 96 ist ein Gerissener. Ja, das ist ein ganz Gerissener. Und Mainz 05 hat die perfekte Balance gefunden. Ich glaube, das hat der Trainer von Hannover 96 in unsere Richtung gesagt. 17 Spiele, Winterpause praktisch, aber... Wir gucken mal kurz auf den Kalender. Ich glaube, drei Spiele müssen wir noch... Wo ist denn der Kalender? Ich weiß nicht mehr, wo der Kalender ist. Da ist der Kalender. Genau, wir müssen noch drei Spiele absolvieren. Als drittnächstes schon wieder gegen Hoffenheim. Interessant. Erst dann haben wir die richtige Winterpause. Bis dahin müssen wir noch ein paar Punkte sammeln. Wobei 30 Punkte schon ein ganz gutes Ergebnis ist, würde ich sagen. Wenn wir es in der Rückrunde auch nochmal schaffen, 30 Punkte zu holen, wären es 60 Punkte. Und ich glaube, das würde normalerweise zur Champions League berechtigen. Aber ihr seht ja, die Top 5, Top 6 Mannschaften sind alle sehr eng beieinander. Und sehr weit weg vom Rest des Feldes. Also 60 Punkte sind kein Garant dafür, dass wir auch wirklich an Champions League spielen werden. Deswegen brauchen wir jeden Punkt, jeden Sieg, alle drei Punkte. Am besten auch schon beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 14. Karrieremodus, Rückrundenstart, Spieltag 18, FSV Mainz 05, empfängt Hannover 96.